Willkommen auf WOMO-Blog. Wir sind gerade in der Normandie und ich mache mir schon Gedanken über den nächsten Winter. Wir haben vier Beamer getestet und dazu drei Leinwände. Den X-Gini Halo Plus, den Anker Nebula Capsular 3, einen X-Gini Mogo 2 Pro und den Ultima Apollo P40. Wer der Beste fürs Wohnmobil ist, das seht ihr in diesem Film. Im Urlaub guckt man natürlich kein Fernsehen, kein Streaming, kein Gaming. Wir lesen, wir spielen gemeinsam ein Spiel und sitzen draußen am Tisch mit einem Glas Wein in der Hand und lassen den Tag Revue passieren und reden natürlich einfach miteinander. So oder so ähnlich werde ich regelmäßig angeplafft, wenn ich einen neuen TV oder SAT-Anlage vorgestellt habe. Dabei sieht die Realität mittlerweile ganz anders aus. Und was im Sommer gilt, ist im Herbst und im Winter halt auch ganz anders. Da sitzen wir nicht draußen vor dem Wohnmobil mit dem Glas Wein in der Hand, sondern sind mit dem Sonnenuntergang meist im Wohnmobil und dann gucken wir auch gern mal Fernsehen. Früher, allen nur höchstens mal die Nachrichten, Sport, Olympia, Weltmeisterschaft. Heute auch gern mal Netflix oder Amazon Prime und dann einen Kinofilm. Und da die Geräte immer kleiner und leichter werden, unkomplizierter, ja da habe ich mir vier Beamer angelacht, die wir im Wohnmobil getestet haben. Drei Laserbeamer, den X-Jimmy Halo Plus, ich weiß gar nicht, ob das so ausgesprochen wird, rund 679 Euro. Den Enker Nebula Capsular 3 für 649 Euro, einen X-Jimmy, Mogo 2 Pro, der kostet 509 Euro und den günstigsten im Test, den Ultima Apollo P40 für 269 Euro. Dort ist dann eine normale Lampe verbaut. Und da das gute Bild mit der Leinwand steht und fehlt, haben wir drei Leinwände getestet und von ganz billig bis teuer. Was die beste Kombination ist und worauf ihr achten solltet, erfahrt ihr gleich. Lass uns jetzt bitte nicht in den Kommentaren darüber diskutieren, ob man im Urlaub fernsehen soll oder darf oder nicht. Wir tun es, manchmal mehr, mal weniger und der kleine TV im Wohnmobil ist bei vielen neuen Wohnmobilen heutzutage doch schon standardmäßig eingebaut. Aber manchmal will man mehr oder baut sich extra ins Schlafzimmer noch ein extra TV ein oder will ein richtiges Kinoerlebnis unterwegs haben. Warum also nicht mal einen Beamer mitnehmen? Noch dazu sind die Beamer von heute viel kleiner und leichter wie in der Vergangenheit, noch dazu leise und ohne große Hitzeentwicklung. Moderne LED-Beamer haben sogar eingebaute Akkus. So könnt ihr sie einfach mit nach draußen nehmen und dank Google TV und WLAN könnt ihr sofort überall streamen. Haben wir zuletzt bei einem Fußballspiel gemacht. Nur, welcher Beamer taugt etwas und auf was sollte man achten? Mit dem Gedanken an einen Beamer bin ich schon lange schwanger gegangen und die Testberichte und Produktdaten im Internet sind zwar beeindruckend, der eigene Eindruck aber viel wichtiger. Denn vor lauter Lumenangaben und Pixel und HD und Akkulaufzeit, Lautstärke und so weiter wird völlig das individuelle Empfinden vergessen. Noch dazu habe ich den Eindruck, dass gerade bei den Helligkeitsangaben mächtig geschummelt wird und viel wichtiger. Die ganzen Zahlen sagen nichts darüber aus, ob das Bild ruckelt, scharf ist, die eingebauten Apps abstürzen und so weiter. Also haben Nadja und ich uns vier Beamer geholt und im Wohnmobil getestet. Denn es bringt ja wenig, dass ihr das im Rheinraum macht, an Ort und Stelle, also da wo ihr später auch guckt, da solltet ihr ausprobieren. Wir haben im Wohnmobil so eine Dinette und hier gegenüber ist eine Längsbank. Daher die Idee, die gegenüberliegende Fensterfront als Projektionsfläche zu nutzen. Einfach das normale Rollo herunterziehen und loslegen. Die Idee ist gut. Leider ist das Rollo nicht glatt und man sieht dann im Bild diese Unebenheiten, was irgendwie nervig ist. Also habe ich mich am Artikel unseres Hannes Schlee auf WOMO-Blog orientiert. Er hat den Anker Nebula Capsula Max im Einsatz. Den Artikel verlinke ich euch und dazu eine Leinwand im Wohnmobil verbaut. Die Leinwände von Celexon sind dabei eine gute Wahl und da sie in einem stabilen Gehäusefahrt ward werden, kann man sie einfach rausziehen und aufstellen oder an der Decke anbringen und dann herunterziehen. So wie Hannes das macht. Dafür sind die Teile ziemlich schwer. Die 1m x 70 Leinwand, das sind immerhin 50 Zoll, wiegt fast 3 Kilo. Weiterhin haben wir uns noch die Dioronic BPS 50 Leinwand zum Aufrollen und als Basteltipp ein ganz einfaches Fensterrollo geholt. Celexon Professional Mini kostet aber 99 Euro, die Dioronic Leinwand kostet 39 Euro und unsere Bastelvariante gerade mal 28 Euro. In unserem Test haben wir alle drei Leinwände mit allen Beamern ausprobiert und erstaunlicherweise sind die Unterricht viel kleiner wie erwartet. Am besten ist das Bild eindeutig mit der Celexon Leinwand, aber auch bei der muss man sehr aufpassen. Wenn man sie auszieht oder einfährt, dann kann man kleine Knitter in die Leinwand bekommen. Das Material ist sehr dünn, dafür ist die Leinwand dann aber auch ordentlich gespannt und die Reflexion des Bildes ist entsprechend gut. Die Dioronic Leinwand hier wiegt gerade mal 1,5 Kilo, wobei das meiste von den beiden Holzstangen oben und unten kommen dürfte. Wird einfach abgewickelt und wir haben sie mit zwei Klebehaken von Screwolution an die Decke gehängt. In der Qualität des Bildes steht sie der deutlich teureren Celexon in nichts nach. Aufgerollt lässt sie sich nach dem TV-Genuss irgendwo im Wohnmobil gut verstauen. Also Pluspunkt Celexon ist, dass man sie einfach an Ort und Stelle lassen kann und bei Bedarf herunterziehen könnte. Pluspunkt Dioronic, deutlich leichter und leicht zu entfernen oder zu Hause zu lassen. Und jetzt kommt die Billigbastellösung, kostet nicht viel. Umgekehrt ist der Preisvorteil zur Dioronic Leinwand aber auch nicht so groß. Nach unserem Test haben wir uns deswegen für die Dioronic entschieden. Eine Leinwand haben wir nun, kommen wir zum Beamer. Bei den Beamern gibt es die Variante mit der hellen Lampe, die das Bild quasi wie bei einem Diaprojektor an die Wand wirft. Und neue, bezahlbare LED-Laserbeamer. Wir haben hier HD-Geräte, es gibt auch 4K-Geräte, die waren uns aber noch deutlich zu teuer. Und bei der Bildgröße hier im Wohnmobil macht 4K unseres Erachtens nicht den großen Unterschied. Der günstigste Beamer von Ultimea, der Apollo P40, ist ein reiner Projektor. Der Empfang erfolgt dann im SAT-Receiver, im Notebook oder durch einen WLAN, zum Beispiel den Firestick von Amazon. Bei den drei Laserbeamern habt ihr hingegen per WLAN und eingebauter Software direkten Zugang zu den gängigsten Streaming-Diensten. Ihr könnt aber auch per HDMI-Kabel andere Geräte anschließen. Das heißt, anschließen, anschalten, loslegen. Das Einrichten dieser modernen Beamer ist denkbar einfach. Das zeige ich euch gegen Ende, wenn noch Zeit ist. Nur so viel, dank Verknüpfung mit eurem Smartphone übernimmt der Beamer alle relevanten Daten, WLAN, Google-Konto und so weiter. Da an den Beamer ein Google-TV eingebaut ist, ist das wirklich leicht. Ein paar Klicks und auch eure Passwörter sind übernommen. Netflix hingegen ist ein Problem, da Netflix nur über Workarounds auf diesen Systemen läuft. Daher mein Tipp, kauft euch den Amazon Firestick und streamt damit. Sowohl daheim wie am TV oder am Beamer, dann habt ihr nur eine Quelle, braucht nicht lange umdenken und Gutes. Wenn ihr nur CDF, ARD, Mediatheken, YouTube, Disney und so weiter schaut, dann reicht das eingebaute System in den Beamern völlig aus. Wer sich aber nicht umgewöhnen will, der nimmt einfach auch für die Geräte den Firestick an seinen Geräten, einfach in den HDMI-Port stecken und loslegen. So, jetzt zum eigentlichen Test. Wir haben ein und denselben Film und immer die gleiche Szene mit den Beamern angeschaut. Gleiches WLAN, damit Chancengleichheit besteht. Und dazu die unterschiedlichsten Leinwände. Natürlich haben wir auch ganz viele Filme auf den einzelnen Geräten mal geguckt oder einzelne Serien, um uns so einen normalen Alltagseindruck zu ermöglichen. Und ich habe die technischen Daten der Geräte nicht verglichen. Das sicher ist ein rein subjektiver Test, denn die angegebenen Lumen, also Helligkeitswerte und Kontrastwert und weiß der Guckuck was, helfen am Ende nichts, wenn das Bild nicht gefällt. Und um es gleich zu sagen, als ungeübter Laie braucht man einige Zeit, bis man die Unterschiede der Beamer überhaupt wahrnimmt. Man sieht zwar, dass etwas anders ist, kann es aber nicht greifen und benennen. Von der Bedienung her sind die beiden Xtreme fast identisch. Der Anker hat aber ebenfalls eine App-gesteuerte Google-TV-Lösung. Da sind einige Feinheiten anders, die Einstellung oder das Zentrieren des Bildes, von daher ist es nur Gewöhnungssache. Ein bisschen tricky ist manchmal das Einbinden eines externen Lautsprechers, klappt aber auch auf Anhieb. Unterschiedlich ist dann aber das Ausrichten der Beamer zur Leinwand. Da hat Xtreme eindeutig die Nase vorn. Bei jeder Bewegung reagiert das Gerät sofort und richtet zuverlässig aus. Aber aufgepasst, das Gerät ausrichten kann im schräg stehenden Wohnmobil manchmal doof aussehen. Das Bild ist dann zwar gerade, aber die Leinwand hängt schräg. Irgendwie sorgt das in meinem Kopf dann für Probleme und daher ist es gut, dass man manuell das Bild nachträglich ausrichten kann. Wichtig ist außerdem, dass die Laserbeamer erkennen, dass jemand durchs Bild läuft. Laser und Augen, ihr wisst, das kann gefährlich sein. Daher ist es wichtig, dass die Geräte sofort den Laser abschalten, wenn Bewegung in Richtung der Leinwand erkannt wird. Hat in allen unseren Tests einwandfrei funktioniert. Der Ultimea Apollo P40 Beamer hat in dieser Beziehung dank seiner Lampe keine Probleme. Aber auch da tut das Licht in den Augen kräftig weh. Also auch hier nicht direkt hineinschauen. Noch was zur Bedienung. Den günstigen Ultimea Beamer haben wir mit dem Firestick bestückt. Daher war die Bedienung dann nicht viel anders als die Laserbeamer. Okay, soweit so gut, aber wo sind denn noch die Unterschiede der Geräte? Für uns ist es in allererster Linie mal die Bildqualität und ganz besonders, ob die Bilder flüssig laufen, ob es ruckelt. Und ganz wichtig, wie die Helligkeitsverteilung oder die Kontraste sind. Und das sieht man dann auch als Laie recht gut. Was wir nicht getestet haben, was aber auch mit diesen Geräten geht, sind Gaming und solche Sachen. Wir haben einfach nur Filme geschaut. Halt, ein wichtiges Thema habe ich vergessen. Zwei der Geräte haben eingebaute Akkus, sind dadurch auch deutlich schwerer. Den Anker und den X-Gime Halo Plus könnt ihr also auch ganz ohne externe Stromquelle nutzen. Das ist im Wohnmobil nicht so wichtig, aber vielleicht wollt ihr mal draußen streamen oder das nächste Fußballspiel irgendwo an die Wand werfen. Hier hatten wir beim Aufbau unseres Festzeltes einfach das Fußballspiel der deutschen Mannschaft an die Wand geworfen. Wurde ein spontanes Event raus und die Zuschauer waren begeistert. Aber sind wir mal ehrlich, in Zeiten von großen Powerbanks oder Powerstations gibt es auch Alternativen. Oder ihr legt einfach ein Kabel aus dem Van bis zum Beamer. Der Anker Nebula Capsular 3 hat besagten eingebauten Akku. Die Laufzeit soll dabei bis zu zwei Stunden sein. Der X-Gime Halo Plus hat ebenfalls einen Akku. Hier kann man gut einen Spielfilm schauen und die Outtakes dazu. Zweieinhalb Stunden haben wir selbst ausprobiert. Eingebaute Lautsprecher haben die Geräte natürlich auch. Der Anker und der X-Gime Halo Plus haben uns dabei am meisten überzeugt. Der Sound ist im Wohnmobil allemal ausreichend. Der X-Gime Halo Plus ist dabei ein bisschen basslastiger. Auch hier der Tipp, wir haben eine Lautsprecherbox von GBL, die wir mit Bluetooth koppeln und direkt an die Leinwand stellen. Da ist der Sound noch kinomäßiger und die Geräusche kommen dann auch aus der Richtung der Leinwand, was den Kinoeindruck dann weiter verstärkt. Der Ultimea hat einen richtig starken Lautsprecher, wobei der Sound auch in lauten Passagen dann richtig klangvoll ist. Abstand. Mit dem Abstand verändert ihr die Bildgröße. Deswegen haben auch alle Beamer auf der Unterseite diese üblichen Stativgewinne. Da kann man gegebenenfalls sie irgendwo montieren oder auch ein Stativ verwenden. Bei uns kriegen wir das größte Bild am äußersten Rand des Tisches. Aufgepasst, die Geräte sind empfindlich. Nicht fallen lassen, das schadet der Mechanik im Innen. Die LED-Lasergeräte können näher an die Leinwand heran. Der Ultimea hat schon mal einen Mindestabstand, ich schätze mal 1,20. Sonst wird das Bild gar nicht scharf. Und das ist zu weit für uns im Wohnmobil. Fast vergessen, deswegen füge ich das jetzt hier ein. Leider haben nur zwei der Beamer eine Stromversorgung über USB-C. Die brauchen dann zwar auch 30 Watt, aber das etabliert sich ja mittlerweile langsam in den Wohnmobilen. Der Ultimea, der hat eine 230 Volt Versorgung. Mehr hat er nicht. Beim X-Gimmy Halo Plus braucht ihr ein Netzteil. Dafür gibt es diese Rundstecker. 19 Volt. Die meisten haben ja einen Inverter, einen Wechselrichter dabei und können 230 Volt generieren. Ich habe aber auch ein Hammer-Netzteil, das macht aus 12 Volt 19 Volt, verlinke ich euch. Damit geht es dann auch im Wohnmobil. Lüfte. Ja, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Die LED-Laserbeamer erzeugen wenig Wärme. Dementsprechend brauchen sie weniger Ventilatoren. Der Ultimea wird im Laufe eines Abends richtig warm. Und der Lüfter muss dann ordentlich blasen. Das stört bei lauten Filmen nicht, aber gerade bei ruhigen Passagen ist das nervig. Und die Hitzeentwicklung ist uns zu viel im Wohnmobil. In großen Räumen mag das wunderbar gehen. Im Wohnmobil wird es einfach zu warm. Bei den drei Laserbeamern ist der Anker der leiseste. Kaum ein Unterschied zum X-Gimmy Halo Plus und nur unwesentlich zum Mogo 2 Pro. Die Geräusche aller drei Geräte sind bei einem laufenden Film kaum wahrzunehmen. Der Anker ist etwas farbenprächtiger. Dafür der X-Gimmy Mogo 2 Plus schärfer. Der X-Gimmy Halo Plus toppt das dann. Er bringt für uns das beste Bild. Aber Bild und Kontraste sind nur ein Teil des Erlebens. Erst im Verlauf fiel mir auf, dass ein Ruckeln den Film begleitet. Beim X-Gimmy Mogo 2 Plus sieht man das bei Schwenks. Doch das macht eher sogar einen positiven Eindruck. Gerade bei Actionfilmen wirkt das gut. Die gleiche Stelle bei Anker und beim Halo Plus ist hingegen flüssig zu sehen. Der Anker wirkt aber beim Bild immer irgendwie flächiger, wie weich gezeichnet. Die Konturen sind scharf, aber die Hautpartien HD sieht anders aus als beim X-Gimmy Halo Plus. Der Halo Plus ist auch von der Bedienung her flüssiger und reagiert schnell. Beim Bild zeigt er klare Konturen und ein ruckelfreies Bild. Überhaupt gab es auch keine Pufferzeiten, also Zeiten, in denen das Gerät erst Teile des Films nachlädt, um sie danach flüssig ausspielen zu können. Das hatte an gleicher Stelle, gleiches WLAN, immer wieder einmal der Anker Nebula Capsular 3. Der Ultimea hängt ja wie bekannt am Firestick. Daher beschränken wir uns auf Helligkeit und Kontraste und die ist wirklich gut. Auch im hellen Wohnmobil kann man das Bild noch gut sehen. Im Dunkeln ist das Bild auf Augenhöhe mit den deutlich teuren Geräten. Bedienung Da sind eigentlich alle Geräte auf einem Niveau. Ein Tick einfacher fand ich das X-Gimmy. Per Fernbedienung lässt sich alles leicht regeln und einstellen und dank Anbindung ans Smartphone auch von dort steuern. Und damit haben wir unseren Testsieger. Preisleistung ist natürlich beim Ultimea am besten. Hätte nicht gedacht, dass das Gerät mit den anderen Beamern überhaupt mithalten kann. Vom Bild her klappt das noch ganz gut, aber Geräusch und Hitzeentwicklung sind für uns im Wohnmobil nicht geeignet. Gewonnen hat eindeutig der X-Gimmy Halo Plus. Auch das hatte ich anfangs nicht gedacht, denn der erste Eindruck war am Anker Nebula eindeutig am besten. Erst im Laufe des Vergleichs hat die Summe der Kleinigkeiten dazu geführt, dass der X-Gimmy Halo Plus die Nase vorn hat. Er hat im Test nicht nur das beste Bild, sondern auch einen satten Sound. Und wir haben ihn sogar schon bei einem Wohnmobiltreffen zuletzt für unseren Rumänienvertrag benutzt. Hat wunderbar geklappt und einen großen Raum beleuchtet. Extrem einfach einzurichten und zu bedienen. Er kennt automatisch, ob er zur Sicherheit die Laser abschalten muss. Richtet am besten das Bild aus und auch wenn man das Gerät bewegt, sucht er sich sofort die neue optimale Ausrichtung. Nur unwesentlich weniger Komfort, aber dafür günstiger bekommt man den X-Gimmy Mogo 2 Pro. Den fehlenden Akku kann man im Wohnmobil verschmerzen oder man nimmt eine leistungsstarke Powerbank mit. Der Anker ist ein guter Beamer, fällt aber im Test auf den zweiten Platz zurück. Der Sound ist gut, das Bild besser wie beim X-Gimmy Mogo 2 Pro. Die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig. Bedauerlich ist, dass Netflix nicht direkt läuft, aber das gilt ja auch für die beiden X-Gimmy Beamer. Insofern, und ich habe das nun mehrfach gesagt, nehmt einen Amazon Fire Stick einmal eingerichtet und ihr könnt ihn am TV daheim oder am Beamer oder auch ganz ohne TV und nur mit dem Lautsprecher gekoppelt als Radio benutzen. Finden wir mittlerweile eine der besten Lösungen. Ich ahne, dass ihr mir jetzt einiges zu sagen habt. Tut das in den Kommentaren, am besten auf Womoblog, da lesen es mehr Leute. Lasst uns diskutieren. Wie eingangs gesagt, ist das ein rein subjektiver Test. Da wir von keinem der Hersteller Geld bekommen, haben wir es aber auch nicht nötig, irgendwem nach dem Mund zu reden. Der Anker und alle Leinwände sind mittlerweile zurückgesendet und die anderen folgen noch. Ne, der Hallo Plus, der bleibt bei uns, den kaufen wir. Und die Duro Dings Leinwand, die haben wir im Wohnmobil jetzt dauerhaft verstaut. Der Winter im Wohnmobil kann also kommen. Noch ein paar Anmerkungen. Vergesst es, draußen im Sommer mit den Beamern den Kinofilm auf die große Leinwand werfen zu wollen. Das geht allerhöchstens, wenn es richtig dunkel ist. Am Tag und frühen Abend sind diese Beamer zu leistungsschwach. Auch im Wohnmobil muss abgedunkelt werden. Lasst euch nicht von irgendwelchen Influencer-Clips auf Insta und TikTok blenden. Am Meer, die Bettdecke, an den Van gehängt und dann einen Filmstream. Alles Unsinn. Geht nur, wenn es richtig dunkel ist und noch dazu werden sich dann die Nachbarn bei euch bedanken. Aber das juckt ja heutzutage manchen gar nicht mehr. Solche Beamer sind eine tolle Sache, aber der Raum muss stimmen und je dunkler, desto besser. Halt wie im Kino. So, und jetzt schaut mal auf WOMO-Blog und ansonsten bis zum nächsten Mal. Willst du mit mir gehen? Und jetzt schaut mal auf WOMO-Blog.